Hallo Freunde des Worträtsels. Eines der ältesten ist ein lateinisch klingendes, das so geht. Vena laus amoris, pax trux bis goris. Es gibt eines neueren Ursprungs, das allerdings schon sehr bekannt ist. Das lautet, mon ma, pater ma du, na mater na pater, mon ma du. Diese beiden Worträtsel haben den Nachhalt, dass sie in einer Mundart gesprochen werden. Jetzt kommt eines auf Hochdeutsch, es klingt griechisch, aber es geht so. Menebte heu, ebte men nie heu, meckte men ebte beten. Viel Spaß beim Lösen. Vielen Dank.